Sein Ziel war es, Unrecht zu verhindern. In den nächsten zwei Wochen soll es einen Abtagsversuch auf den Präsidenten geben. Die Regierung selbst ist daran verwickelt. Doch jetzt ist er selbst im Fadenkreuz. Es ist nicht klar, wie man trauen kann. Wir sind das FBI, Junge. Ich weiß. Und seine Gegner schießen scharf. Das Gesetz kann den letztendlich gar nicht. Hier geht's nicht mehr um Recht, hier geht's um Gerechtigkeit. Sonntag, 22.15 Uhr. ProSieben.